Ich bin der Steffen. Ich freue mich immer, wenn wir die schönen Räucher aufbauen zur Adventszeit. Ich tue jetzt hier schlickern, sonst mit den Teilen zusammenkleben und man darf auch nicht zu wenig nehmen, da hält der sonst nicht. Ich bin der Töpfermeister Matthias Förster und ich arbeite hier mit den Kollegen an verschiedenen Keramikgegenständen. Momentan bauen wir die Räucheröfen und es gibt aber auch Vasen und verschiedene andere Gegenstände, die wir diese Woche mit 15% Rabatt anbieten. Damit möchten wir Ihnen eine schöne Adventszeit wünschen. Ich bin der Töpfermeister. Ich bin der Töpfermeister. Ich bin der Töpfermeister. Ich bin der Töpfermeister.